In my mind Toll! Hallo? Sag doch mal. Ja, wir werden nicht allein sein. Ich brauche meine Ruhe. Und meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Das ist die Nichte einer Arbeitskollegin meiner Mutter. Nadja. Haben sie nicht mit? Nein, wirklich. Die Arbeit lässt es nicht zu. Schade. So ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. Ich habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise das ist ein Manuskript. Der Verleger findet es scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir in die Ohren zu hauen. Darf ich es mal lesen? Auf keinen Fall. Versteh mich nicht falsch, aber eine falsche Bemerkung an blöder Kommentar. Auf! Schon gut. Ich habe es entstanden. Verdammte Scheiße, die spinnen doch. Nadja Stecher ist Bademeister. Echt jetzt? So wie das der letzte Nachtweil war. Na? Schon fertig mit der Arbeit? Die ist ja nett, die Nadja. Ja, sie macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Das Asche! Das Asche! Wir kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle. Felix meinte, dass heute Nacht das Meer leuchtet. Hast du es schon mal gesehen? Ja! 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 Komm noch mit. Copyright Untertitel. Untertitelung des ZDF, 2020